Und bei dem Studium unser stellvertretender Chefredakteur Robin Alexander. Tag, Robin, schön, dass du da bist. Ja, wenn man das hört, die USA 1,6 Milliarden Euro bereits freigegeben an Hilfen. Und Deutschland tut sich weiterhin so schwer. Wie ist das zu erklären? Ja, das ist seltsam. Früher, oder bis vor kurzem, hatte Deutschland ja die Position, gar nichts zu liefern. Das war einfach zu recherchieren. Und jetzt hat die Bundesregierung eine ganz seltsame Kommunikation. Nach der Zeitenwende wurde ja verkündet, Stinger-Raketen, Panzerfäuste. Und dann hieß es plötzlich, jetzt darf darüber nicht mehr berichtet werden, angeblich aus Sicherheitsgründen. Dann war die Ministerin Frau Lambrecht neulich in Washington und hat dort dann gesagt, ja, Deutschland ist der zweitgrößte Lieferant. Und wir haben alle überlegt, wie kann das sein? Und dann hat sie einen Tag später überraschend in einer Talkshow bei Maybrit Illner nachgeschoben, wir liefern Material für 80 Millionen Dollar. Oder Euro, Entschuldigung. Dann haben wir nachgerechnet, allein Estland, das kleine Land, hat 220. Also das kann alles nicht stimmen. Und die Erklärung dafür war, nein, wir liefern am zweitmeisten nach Gewicht. Wo man jetzt fragt, wie ist das nach... Also das sind alles... Also die Bundesregierung kommuniziert da sehr spärlich mit dem Argument, das seien Sicherheitsgründen. Und ich halte das für ein vorgeschobenes Argument. Weil niemand will ja berichten, welche Waffen wohin. Also dass man sich da an Sicherheitserwägungen beteiligt als Reporter, ist doch völlig klar. Aber es ist eine ganz intransparente Kommunikation. Ja, du hast mit Klaus Geiger zusammen jetzt in der Welt am Sonntag einen aktuellen Artikel. Und ihr habt beide herausgefunden, dass Deutschland jetzt also freigegeben hat, muss man sagen, freigegeben aus ehemaligen NVA-Beständen Panzerkampfwagen vom Typ PBV 501 zu liefern. Das sind doch alte Dinger. Die gingen erst nach Tschechien, dann zu einem schwedischen Besitzer und jetzt wollen die die verkaufen. Ja, die sind so alt, dass sogar unser Online-Chef Oliver Michalski in seinem Wehrdienst in der DDR damit schon rumgefahren ist. Und das will einiges heißen. Nein, also das ist ja diese Endverbleibsklausel. Also wer immer Material weitergeben will, das mal von der Bundeswehr kam, muss dafür eine Genehmigung in Berlin nachholen. Und in diesem Fall ist so interessant, diese Schützenpanzer sind über Umwege nach Tschechien gekommen, zu einer Firma. Und diese Firma wollte die schon mal der Ukraine überlassen, nämlich 2019, als die Ukrainer gesagt haben, da braut sich was zusammen. Und ich meine, es gab ja schon vorher die Annexion der Krim, die Invasion im Donbass. Und damals hat die Bundesregierung gesagt, nein, ihr dürft nicht an die Ukraine liefern, weil wir wollen im Dialog mit Russland bleiben. Das fanden die Tschechen ganz bemerkenswert, weil die haben eine andere Anfrage gemacht, ob die gleichen Schützenpanzer an den Irak geliefert werden dürften. Und da hatte die Bundesregierung nichts dagegen. Und jetzt haben die diesen Antrag nochmal gestellt und jetzt ist der genehmigt worden. Man muss ja sagen, es war damals noch die Regierung Merkel, aber das, was du jetzt auch geschrieben hast bei uns in der Welt am Sonntag, spielt die Bundesregierung ein falsches Spiel mit den Waffen für die Ukraine. Das ist ja eine sehr interessante und provozierende Meinung auch. Warum hast du genau diesen Eindruck? Ich würde nicht so weit gehen, dass ich da Täuschung unterstellen will. Aber es gibt die eben wirklich beschriebene, seltsame Kommunikation. Ein weiteres Beispiel, Olaf Scholz sagt, Zeitenwende, wir liefern jetzt auch. Zwei Tage später sagt die Verteidigungsministerin, die Arsenale der Bundeswehr sind erschöpft. Also wir können gar nichts mehr liefern. Zwei Wochen weiter wird dann plötzlich doch wieder was gefunden. Und parallel gibt es das Angebot der Industrie, wenn die Bundeswehr etwas abgibt, kann man das schnell nachliefern. Weil es ist ja nicht so, dass Deutschland noch nie etwas mit Rüstungsexporten zu tun gehabt hätte. Wir sind der viertgrößte Rüstungsexporteur der Welt. Ja, also das passt alles nicht zusammen. Aber stellt man sich doch die Frage, ist Christine Lambrecht tatsächlich als Verteidigungsministerin damit die Richtige? Oder steckt sie einfach nur die Prügel ein für das, was Olaf Scholz als Kanzler und Parteifreund ihr direkt vorgibt? Vielleicht stimmt beides. Also erkennbar ist es so, dass Deutschland immer noch zögerlicher war mit diesen Waffenlieferungen, als es nach der Zeitenwende öffentlich geklungen hat. Warum, wissen wir nicht. Scholz spricht darüber nicht. Ob er sich weiter einen Gesprächskanal zu Putin damit offenhalten wollte, das kann man nur spekulieren. Aber sicherlich agiert Frau Lambrecht in diesem Ressort bisher unglücklich. Ich glaube, das kann man schon sagen. Robin Alexander, unser stellvertretender Chefredakteur. Danke für deine Einordnungen und natürlich alles nachzulesen bei uns in der Welt am Sonntag. Danke dir. Gerne. Danke dir.